Das ist Ballack, der kann auch links schießen. Der Schlag ist auch gut und jetzt ist es passiert. Michael Ballack 1-0, 27 Minuten. 2-0, 28 Minuten. 2-0, 28 Minuten. 3-0, 28 Minuten. 3-0, 28 Minuten. Das war's. Zug in der Mitte, Michael Wahlack und findet Michael Wahlack. Da ist es! Zweite Ecke, ausgeführt durch Schweinsteiger und für mich der beste Kopfballspieler der Welt, bringt die Bayern hier in Führung. Das Spiel hat noch gar nicht richtig angefangen, da führen sie schon. Dritte Minute, Bayern führt durch Michael Wahlack. Stürmer, 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 Stürmer! Musik 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 Ja, Michael Ballack Musik Musik